Moin Freunde, was geht ab? Und willkommen zur Bundesliga-Preview des 5. Bundesliga-Spieltags. Für die Leute, die das Video gestern nicht verfolgt haben, ja, es gibt mich jetzt auch ohne Maske. Das wird in der Zukunft auch so bleiben. Ich habe mich einfach dagegen entschieden, die weiterhin zu tragen, weil ich keinen Sinn mehr darin gesehen habe. Von daher, ab sofort seht ihr das Ganze nur noch so. In diesem Sinne, lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, würde mich sehr freuen. Folgt mir auf Insta, folgt mir auf Twitter, checkt den Fernschluss auf Spotify ab und jetzt geht es los mit der Preview. Ja, mein Team hat sich im Vergleich zu gestern nicht verändert. Ich sehe gerade, der gute Hack hat endlich mal ein Spielerbild bekommen. Das macht mich immer glücklich. Ich hasse es, wenn meine Spieler kein Spielerbild haben. Sehr geil. Fehlt mir noch der gute Jakic. Ja, ihr seht mein Team. Es hat sich nichts geändert. Und genau so werde ich auch in den Spieltag reingehen. Ich habe über die ganze Woche so geplant. Da wird sich wohl nichts mehr dran ändern. Lewandowski, Mahlen, mein Dauersturm, da wird sich nichts dran ändern. Paulinho werde ich auch noch behalten. Man sieht jetzt leider nicht die Europa-League-Aufstellung heute Abend. Das wird auch nochmal aussagekräftig. Ich sollte heute Abend wieder mit Paulinho spielen. Könnte es eng werden mit dem Wochenende. Gucken wir mal, wie das heute abläuft, beziehungsweise da auch auf die Aufstellung achten. Das ist auch immer relativ aussagekräftig. Tyler Adams hat jetzt auch 90 Minuten gegen Manchester City gespielt. Könnte auch sein, dass der Kollege rausrotiert. Aber ich denke, dass er da eher gegen Bayern komplett auf der Bank geblieben ist. Würde er jetzt auch am Wochenende gegen Köln starten. Jakic sollte seinen ersten Startelf-Einsatz für die Eintracht geben. Ja, geben. Es geht halt direkt gegen Wolfsburg. Es gibt deutlich schönere Gegner für Kick-Base-Manager, als wenn der Spieler gegen Wolfsburg spielt. Moda Hood sollte auch spielen. Auch drin gelassen. Robin Hack spielt gegen, lasst mich nicht lügen, Hoffenheim. Da könnte eventuell auch ein bisschen was bei rumkommen. Mal schauen. Iago, Bauer, Meunier. Dreierkette, mit der ich eigentlich sehr zufrieden bin. Meunier. Ja, immer noch so mein kleiner Gamble-Kauf. Ihr wisst Bescheid. 16,5 Millionen habe ich für den Kerl bezahlt. Mit 5 Millionen Overpay. Aber ich bin der Meinung, perspektivisch gesehen, ist das auf jeden Fall wert. Und so wie er aktuell spielt, egal ob es jetzt gegen Bayer oder ob es jetzt gegen Besiktas in der Champions League war, ist er das Geld auf jeden Fall wert. Ich freue mich auf den Kerl. Bauer habe ich dann von Jan getradet bekommen, gegen Suarez getauscht. Konnte dafür dann das Team so halten. Hat mir dann, wie gesagt, natürlich Tyler Adams verpflichtet. Iago werde ich dauerbar halten. Und ihr wisst, Flecken ist mein Dauertorhüter. Wobei ich kurz davor war, eventuell auch Sommer zu halten, weil ich Gladbach als nominell bessere Mannschaft sehe als Freiburg. Aber ich habe so ein bisschen die Punkte verglichen. Auch die Punkte von Florian Müller letztes Jahr bei Freiburg geguckt. Und Jan Sommer ist halt einfach kein geiler Punkt. Also da bleibe ich dabei. Deswegen werde ich den auch nochmal abgeben. Den habe ich auch eigentlich nur für den Marktwert mitgenommen. Den werde ich dann auch morgen wieder abgeben, wenn er noch einmal gestiegen ist. Ja, soviel zum Team. Viel mehr ist es auch eigentlich gar nicht. Ja, wir können direkt reingehen in die Matchups, Boys. Los geht's. Natürlich starten wir wie immer mit dem Freitagabendspiel Hertha BSC Berlin gegen Greuther Fürth. Und ja, für mich ist das so ein bisschen das Not-gegen-Elend-Spiel. Finde ich persönlich super schwer einzuschätzen. Die Hertha ist letzte Woche gegen Bochum mit 3 zu 1 gewonnen. Aber in einem Spiel, wo sie wirklich komplett unterlegen waren. Also sehr, 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 sehr schmeichelhafter Sieg an der Stelle. Greuther Fürth ist aber nominell die aktuell wahrscheinlich schlechteste Mannschaft in der Bundesliga. Das muss man so hart sagen. Von daher gehen meine Tendenzen natürlich Richtung Hertha. Ich bin aber echt super skeptisch. Jetzt wie gesagt, nach der generellen Saison, nach den Entscheidungen und Aussagen, die Dardai da teilweise trifft. Das ist schon super weird. Finde ich tatsächlich schwierig einzuschätzen, wie das Spiel hier ausgehen wird. Gehe aber, wie gesagt, letzten Endes mit einer Tendenz Richtung Hertha BSC. Ich tippe auf ein 2 zu 1. Ich glaube, es könnte sogar relativ knapp werden. Wie gesagt, die Hertha hat alles andere als überzeugt gegen den VfL Bochum. Von daher glaube ich auch, dass Fürth hier die Möglichkeit hat, ein bisschen mehr mitzuspielen. Mein Once2Watches Ishak Belfodil ist wahrscheinlich so eine der letzten Möglichkeiten, wo ich einen Stürmer der Hertha nennen kann, wenn sie weiterhin so passiv agieren, wie sie es jetzt tun. Von daher gehe ich mit ihm bei einem 2-1 Sieg der Hertha, könnte er eventuell an Torbeteiligung dran sein. Er ist kein schlechter Spieler. Ich persönlich bin halt nicht so mega überzeugt von ihm. Aber in dem Spiel kann man auf jeden Fall den Stürmer der Hertha oder generell, man kann immer die Stürmer der gegnerlichen Mannschaften von Fürth als Once2Watch nennen. Von daher tue ich das auch. Ishak Belfodil in meinem Once2Watch und Hertha gewinnt das Ding mit 2 zu 1. Bielefeld gegen Hoffenheim. Hoffenheim auch eine Wundertüte aktuell. Also ich habe ein Stat gehört oder gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, dass André Kramaric halt wirklich unfassbar tief agieren muss, weil er eben so diese Kreativität aus dem Mittelfeld fehlt. Aber Florian Grillitsch, der auch gleichzeitig mein Once2Watch ist, kehrt höchstwahrscheinlich oder als Hoffenheim-Fan würde ich es mir wünschen. Ich bin kein Hoffenheim-Fan, das klang falsch. Wenn ich Hoffenheim-Fan wäre, würde ich es mir wünschen, dass Grillitsch in diesem Spiel zurückkehrt. Er bringt einfach eine unfassbare Kreativität, eine unfassbare Stabilität in dieses Team rein. Und ist auch einfach nochmal vom Level her weit über den anderen Sechsern, Slash-Achtern, die Hoffenheim hat. Und würde gleichzeitig noch ein André Kramaric entlasten. So ein Kramaric müsste viel weniger sich die Bälle hinten holen, weil du eben da genau einen Grillitsch hättest, der sich eben diese Bälle schnappen könnte. Ich weiß aber nicht, ob er spielt. Ich weiß auch nicht, inwiefern er eingespielt ist, inwiefern das direkt klappen wird. Von daher gehe ich nicht mit einem Hoffenheim-Sieg. Ich gehe mit einem 1 zu 1. Ich denke, die Arminia wird es ihnen eher super, super schwierig machen. Die schaffen es einfach immer recht gut, gegen solche Mannschaften zu agieren. Auch unter Frank Kramer jetzt in den letzten 10 Spielen, glaube ich, nur 2 verloren oder so. Das ist eine super respektable Leistung. Hoffenheim ist aktuell komplett außer Form. Von daher glaube ich nicht, dass sie das Spiel hier gewinnen werden. Trotzdem, wie gesagt, mein Wants to Watch Florian Grillitsch könnte eben genau diese Stabilität, die ich eben angesprochen habe, reinbringen. Bayern gegen Bochum. Kann ich mich auch kurz halten. Natürlich, es kann immer was Verrücktes passieren, aber wenn man das rein nüchtern und rational betrachtet, dann wird das hier ein klarer Bayern-Sieg. Auch wenn Bochum bisher in der Saison hier echt gute Spiele absolviert hat, das möchte ich auch nicht unterbuttern. Trotzdem ist es halt immer noch der FC Bayern so. Auch wenn die 4 rotieren könnten durch die Champions League, das ist natürlich im Rahmen des Machbaren. Ich persönlich glaube es irgendwie nicht. Gerade Leute wie Lewandowski werden auf jeden Fall spielen. Die wollen ihre Torschützenliste erweitern. Und von daher, vielleicht gibt es für den Sabitzer mal einen Startelf-Einsatz. Das kann ich mir gut vorstellen auf einer der drei zentralen Mittelfeldpositionen. Sergio Gnabry wird wahrscheinlich in die Startelf zurückkehren. Dafür könnte man Sunny rausgehen, den Musiala rausgehen. Das wird man alles auf jeden Fall noch sehen. Trotzdem, eigentlich ist es egal, wer hier auf dem Platz steht. Das wird für mich ein klarer Bayern-Sieg. Ich gehe mit einem 3 zu 0. Für den FC Bayern, man wants to watch, ist Leon Goretzka frisch verlängert. Und dieses Jahr noch nicht so richtig überzeugt. Also viele Goretzka-Besitzer sind ja so ein bisschen am Zweifeln. Ich glaube, das könnte so ein Spiel sein, wo der Kollege euch mal richtig überrascht. Vielleicht eine Kiste, gute Rohpunkte. Am Ende 250 Punkte oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Deswegen gehe ich mit Leon Goretzka als man wants to watch. Augsburg gegen Gladbach. Ja, Gladbach letzte Woche gegen die Arminia dann doch relativ überzeugend gespielt. Man muss auch dazu sagen, wie gesagt, die Arminia war echt nicht verkehrt. Aber trotzdem, Gladbach war auch nicht schlecht. Augsburg ist halt fürd mit ein bisschen mehr Qualität. Also die werden auch in dem Spiel hier einen Haufen, ihr wisst schon was machen, werden sich hinten reinstellen, werden versuchen zu kontern, werden kaum versuchen, irgendwie offensiv was zu kreieren, werden wirklich gucken, dass sie hinten den Laden dicht halten. Und ja, deswegen wird das für mich ein ganz, ganz langweiliges und abgeklärtes 2 zu 0 für Gladbach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Augsburg hier groß aufbäumt, um was dagegen anzustellen. Wie gesagt, 2 zu 0 für Gladbach. Ich brauche keine Augsburg-Spiele mehr zu analysieren. Da wisst ihr mittlerweile alle, wie die spielen. Mein wants to watch ist Breel Embolo, der in die Startelf zurückkehren könnte nach Ewigkeiten Verletzungen. Und ihr wisst alle, wenn Embolo auf dem Platz steht, der Typ hat immer geliefert. Der hat wirklich unfassbare Qualität, ist aktuell immer noch für knapp 10 Millionen Kickbase zu haben. Auf jeden Fall zuschlagen, geiler Kerl und könnte in dem Spiel auf jeden Fall seinen kleinen Durchbruch wieder haben. Mainz gegen Freiburg, auch schwer einzuschätzen. Mainz bisher mit einer super Saison, aber auch der SC Freiburg macht das bisher alles andere als schlecht. Und ja, von daher sehe ich beide ungefähr auf einem Level. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr enges Spiel werden. Letzten Endes gehe ich trotzdem mit einer kleinen Tendenz Richtung Freiburg. Ich glaube, sie haben dann doch ein bisschen mehr individuelle Qualität. Auch wenn Leute wie Johnny Schmid fehlen, wenn Höfler potenziell rausrotieren könnte. Glaube ich trotzdem, dass der SCF hier letzten Endes die Oberhand haben wird. Wenn auch knapp, ich gehe mit dem klassischen 2 zu 1 für den SC Freiburg. Mein Wants to Watch ist nochmal Kübler, weil Johnny Schmid, wie gesagt, dieses Wochenende safe ausfallen wird. Das Spiel gegen Mainz kommt für ihn zu früh. Und ja, deswegen Kübler, 6 Millionen Kickbase oder so. Super Spieler in so einem Spiel. Wird natürlich auch schwierig gegen Wingbacks zu spielen. Aber im Umkehrschluss kann man dann auch eben Räume in der Offensivbewegung frei bekommen. Das heißt, Kübler könnte das ein oder andere Mal frei zur Flanke kommen. Und von daher ist er für mich der Wants to Watch und Freiburg gewinnt das Ding mit 2 zu 1. Samstagabendspiel Köln gegen Leipzig. Und ich bin ehrlich mit euch, das ist für mich das Spiel, das ich am wenigsten einschätzen kann. Dementsprechend mache ich einfach was komplett Verrücktes. Ich gehe hier mit einem 4 zu 2 für RB Leipzig. Ich weiß nicht, ich finde dieses Spiel ist unpredictable. Ich finde Köln, ich versuche es nicht schlecht zu machen. Ihr wisst Bescheid, ich sage zwar immer wieder, sie werden für mich noch einbrechen. Aber sie machen es einfach nicht. Sie spielen einfach immerhin weiter gut. Leipzig jetzt mit der Champions League Belastung. Werden auch wieder ein bisschen rotieren müssen, je nachdem wer da rausgeht. Ich glaube letzten Endes, das wird ein sehr torreiches, verrücktes Spiel. Ich freue mich auch drauf. Letztes Jahr war das Spiel ja 0 zu 0. Also ich hoffe, es wird kein 0 zu 0. Dann wäre die Prediction hier ein bisschen off. Gehe wie gesagt mit einem 4 zu 2 für RB Leipzig. Mein Wants to Watch ist der gute Dominik Choboslay. Ja, der wird auch zurückkehren. Hat in der Champions League nicht Startelf gespielt. Und wird deswegen gegen Köln ja nahezu 100%ig starten. Deswegen ist er für mich der Wants to Watch. Könnt ihr ja auch gute Spiele machen. Ein gutes Spiel machen. Und Leipzig gewinnt, wie gesagt, insgesamt mit einem 4 zu 2. Wenn es auch sehr, sehr verrückt klingt. Stuttgart gegen Leverkusen. Das erste Sonntagsspiel. Ja, Stuttgart mit einem eher moderat schlechten Saisonstart. Während Leverkusen wirklich aktuell so ein bisschen das Team der Stunde ist. Auch wenn es tabellentechnisch bisher noch nicht allzu gut aussieht. Wenn sie das Spiel gewinnen, werden sie immerhin auf Platz 4. Trotzdem, Stuttgart. Leverkusen ist eine unfassbar gute Mannschaft aktuell. Das hat man auch wieder gegen Dortmund gesehen. Die haben wirklich ein riesiges Potenzial. Und werden es schaffen, gegen jeden Gegner Probleme zu bereiten. Stuttgart steht für mich gerade defensiv. Vor allem jetzt durch den Waldemar-Anton-Ausfall. Super instabil. Und das wird Leverkusen meiner Meinung nach knallhart ausnutzen. Ich gehe insgesamt mit einem 3 zu 1 für Bayer 04 Leverkusen. Once to Watch ist der gute Florian Wirtz. Better late than never springe ich hier auf den Florian Wirtz-Hype-Train auf. Er hat bisher 2 Spiele gemacht und gespielt. Als wäre er seit 30 Spielen im Rhythmus drin. Komplett absurd. Und auch in dem Spiel natürlich wird es interessant. Wie gesagt, wenn er in der Euroleague heute Abend spielt. Dann könnte das Ganze nochmal ein bisschen anders aussehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass er gegen Stuttgart so oder so spielen wird. Von daher ist er für mich der Once to Watch. Er spielt halt aktuell einen absoluten Monster-Fußball. Und von daher ist er für mich der Once to Watch. Und Leverkusen wird das Ding meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich mit 3 zu 1 gewinnen. Warum ein Tor für Stuttgart? Da fehlt mir auch noch so ein bisschen bei Leverkusen die defensive Konstanz. Man sieht auch so ein bisschen, wenn man sich hier so die Tabelle anguckt. Abgesehen von Dortmund haben die Mannschaften wirklich super wenig Tore kassiert. Vor allem Wolfsburg hat ein Tor kassiert in vier Spielen. Ja, sie hatten auch leichtere Gegner. Trotzdem, da fehlt mir noch so ein bisschen die defensive Konstanz. Von daher nur in Anführungszeichen ein 3 zu 1. Kommen wir zu Dortmund gegen Union. Und Dortmund tut sich ja eigentlich immer schwer gegen Union. Letztes Jahr in Dortmund haben sie, glaube ich, recht dominant gewonnen. In Union haben sie 2 zu 1 verloren sogar. Wird ein hartes Spiel für Dortmund. Jetzt auch mit der Champions League Belastung. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Rotationsmäßig sollte eigentlich nicht allzu viel passieren, weil auch einfach so ein bisschen die Alternativen fehlen. Trotzdem, Dortmund wird meiner Meinung nach hier die Oberhand haben. Die haben einfach den besseren Kader. Union spielt so einen mega passiven Fußball. Das könnte wieder durch physische Attribute wettgemacht werden von den Unionern. Ich glaube aber trotzdem nicht daran, dass sie hier was mitnehmen werden. Ich gehe wie gesagt mit einem, ich gehe mit einem Dortmund-Sieg. Tippe aber auf ein knappes, ich war lange am Überlegen. Ich gehe mit einem 2 zu 1. Ich wollte auch lange mit einem 2 zu 0 gehen. Ich gehe mit einem 2 zu 1. Dortmund schafft es irgendwie immer gegen Union noch einen zu kassieren. Die Spiele sind immer sehr, sehr spannend. Und was ich zu dem Spiel unbedingt sagen wollte, Haarland und Marlen werden, wenn beide starten, keine guten Punkte machen. Union wird sich da defensiv so reinschmeißen, dass du eben keine schnellen Umschaltsituationen hast. Und beide Spieler profitieren davon. Auf engen Räumen sind beide einfach nicht super effektiv. Von daher wäre meine persönliche Prediction, vielleicht auch für die Championship, ich persönlich würde weder Haarland noch Marlen aufstellen in der Championship. Ist einfach so meine kleine Prediction. Wer aber unfassbar gut sein könnte, und auch hier springe ich ein bisschen später auf den Hype Train auf, ist Jude Bellingham, weil er genau diese Spiele kann. Genau diese engen Räume ausnutzen, aus nichts einfach etwas kreieren. Das ist genau Jude Bellingham. Und deswegen ist er für mich der Wants to Watch in diesem Spiel. Ich denke, er würde auch hier wieder die Dortmunder zum Sieg führen und ist von daher auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall der Spieler, den man sich anschauen sollte. Kommen wir zu Wolfsburg gegen Frankfurt, dem letzten Sonntagsspiel am 5. Bundesligaspieltag. Und ich kann mich tatsächlich relativ kurz halten. Ich sehe bei Frankfurt aktuell überhaupt gar keine Konstanz. Und von daher gehe ich auch hier wieder mit einem Zu-Null-Sieg für den VfL Wolfsburg. Damit werden sie mit 5 Spielen, 5 Mal ungeschlagen, 5 Siege geholt und nur ein Tor kassiert. Das wäre komplett absurd. Also wenn sie das hinbekommen, er mitunter auch von mir als eine der Enttäuschungen der Saison prediktet. Und aktuell läuft es einfach mega. Das kann man ihnen nicht abstreiten. Ich gehe, wie gesagt, mit einem 2 zu 0. Ich sehe da bei Frankfurt einfach nicht die Möglichkeiten, aktuell dieses unfassbar kompakte, eingespielte System der Wolfsburger zu schlagen. Ich glaube aber nicht, dass sie ein Tor machen werden. Mein Wants to Watch ist Luca Waldschmidt. Philipp hat in der Champions League gespielt. Von daher gehe ich davon aus, dass Waldschmidt jetzt am Sonntag gegen die Eintracht spielen wird. Und ja, ist kein schlechter Kick-Base-Punkte, auch wenn ich spielerisch nicht allzu überzeugt von ihm bin. Ich nenne Wants to Watch, von dem ich nicht überzeugt bin. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt nicht der spielerisch größte Fan von Luca Waldschmidt. Trotzdem würde er in dem Spiel hier meiner Meinung nach gute Punkte machen. Und ist deswegen, wie gesagt, für mich der verdiente Wants to Watch. Wir gehen nochmal zurück in Kick-Base, beziehungsweise waren wir ja die ganze Zeit. Ich freue mich auf den Spieltag, Jungs. Ich habe Assi Bock, mein Team. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Kam selten vor, dass ich mal wirklich mit einem sehr zufriedenen Team in den Spieltag reingehe. Aber ich freue mich einfach. Sollte ein sehr, sehr geiler Spieltag werden. Ich hoffe für euch auch. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und ganz wichtig, morgen 14 Uhr, natürlich wie jeden Freitag, der Frage- und Antworten-Stream hier live auf YouTube, der Kick-Base-Kabinen-Talk. Schaltet auf jeden Fall rein. Morgen 14 Uhr würde mich sehr freuen. Haut rein, bis dann, Freunde. Und ciao, ciao.